Wie kannst du deine Projekte und Aufgaben besser organisieren und immer im Blick haben? Das ist die Frage, die wir schon letztes Video geklärt haben, nämlich in meinem Tutorial zu meinem kostenlosen Aufgabenplaner, den du dir auf meiner Webseite runterladen kannst. Und das hier ist das Video Nummer 2 zum Aufgabenplaner, wo ich dir jetzt noch einige optionale Funktionen vorstelle, wie zum Beispiel eine Zeiterfassung, die für dich als Selbstständige oder Selbstständiger sehr hilfreich sein können, aber die du nicht unbedingt wissen oder verwenden musst, wenn du den Aufgabenplaner nutzt. Also nutze wie immer sehr, sehr gerne die Timestamps und spring direkt zu den Punkten, die dich interessieren. Und jetzt lass uns loslegen mit noch weiteren hilfreichen Funktionen für deinen Aufgabenplaner. Als erstes möchte ich dir zeigen, wie die simple Zeiterfassung in dieser Vorlage funktioniert. Das funktioniert übrigens auch, wenn du nicht für Notion Automationen zahlst, also wenn du noch kein zahlender Kunde von Notion bist. Als vorbereitenden Schritt müssen wir hier einmal einen Rechtsklick machen auf die Statuseigenschaft und hier unter Eigenschaft bearbeiten das Ganze als Auswahl anzeigen lassen. Also du hast hier standardmäßig das Kontrollkästchen eingeschaltet, aber wir brauchen das Ganze hier als Auswahl. Und jetzt können wir loslegen mit der Zeiterfassung. Immer wenn du anfängst, mit einer Aufgabe aktiv zu arbeiten, also wenn du den Timer sozusagen starten möchtest, dann änderst du hier den Status dieser Aufgabe von aktiv auf in Arbeit. Und das setzt dann im Hintergrund eine Automatisierung in Gang, die du übrigens auch hier mal nachschauen kannst, falls es dich interessiert. Und jetzt hat dieses System im Hintergrund einen Timestamp gesetzt. Und dann, wenn du mit der Aufgabe fertig bist, dann änderst du diesen Status hier einfach von in Arbeit auf erledigt. Und dann verschwindet jetzt hier diese Aufgabe aus deiner heute Ansicht, weil du hier nichts mehr machen musst, aber du findest sie in der Erledigt-Ansicht hier drüben. Und wenn du hier einmal drauf gehst, dann hast du jetzt hier eine Eigenschaft Dauer. Und das ist eine automatisch berechnete Eigenschaft, die dir die Dauer deiner Aufgabe im Dezimalsystem anzeigt. Also leider gibt es keine Minutenanzeige in Notion, sondern das Ganze ist als Dezimalzeit angezeigt. Aber wenn da zum Beispiel eine 1 davor steht, dann bedeutet das, das ist eine Stunde. Also dann ist das nachvollziehbarer als jetzt hier bei dieser wirklich sehr, sehr kleinen Zeitangabe. Und 0,5 würde dann eben bedeuten, das ist dann eine halbe Stunde. Das heißt, es ist nicht eine perfekte Zeiterfassung, aber es ist doch eine grobe Einschätzung, wie viel du für Dinge brauchst. Und vor allem ist das Schöne, wenn du jetzt mehrere Aufgaben erledigst, dann wirst du jetzt hier sehen, im Laufe des Tages wirst du hier eine Summe bekommen, die dir dann wirklich deine gesamte Arbeitszeit über verschiedene Aufgaben hinweg anzeigt. Das Ganze ist momentan gefiltert nach diesem Tag, also nach heute sozusagen. Du kannst hier aber auch das Datum umstellen oder du kannst das Ganze nach Projekt filtern. Das heißt, du kannst dir auch alle Projektaufgaben, die schon erledigt sind, anzeigen lassen und da eben schauen, wie viel du da für ein bestimmtes Projekt, also zum Beispiel, wenn du für Kunden arbeitest, gebraucht hast. Und das ist dann sehr, sehr praktisch, weil du auch deine Abrechnung darauf basieren kannst, wenn du das möchtest. Weitere Funktionen, wie du zum Beispiel Pausen einbauen kannst in deine Aufgaben und sie trotzdem weiter abrechnen kannst, habe ich übrigens schon in meinem Video zur Zeiterfassung besprochen und das werde ich dir hier mal oben verlinken. Dann möchte ich dir kurz zeigen, auf welche anderen Arten und Weisen du noch deine Aufgaben hier sehen kannst. Diese Ansichten haben wir ja schon in dem vorherigen Video besprochen, aber hier gibt es jetzt noch ein paar andere Ansichten. Diese Heute-Ansicht ist einfach ein Duplikat von der Heute-Ansicht, die du hier schon findest, mobil optimiert. Das heißt, du kannst hier einfach schneller drauf zugreifen, wenn das hier in der Sidebar liegt und hast dann hier ein Duplikat, wenn du denn unterwegs sein solltest. Und dann hast du hier noch zwei andere Aufgabenansichten und zwar einmal diese Woche und einmal dieser Monat, die sehr ähnlich funktionieren. Hier hast du nämlich einen Kalender einmal für die Woche und bei dieser Monat dann für den Monat, wo du entsprechend im Kalender verteilt deine Aufgaben sehen kannst. Und das ist jetzt auch sehr schön, um zwischen den Tagen gut planen zu können. Also wenn du jetzt zum Beispiel am Ende des Tages deine Aufgaben verteilen möchtest, dann kannst du das einfach per Drag & Drop hier auf den neuen Tag schieben und das ändert sich dann automatisch auch in der Aufgabe mit. Das heißt, wenn ich das jetzt hier wieder auf Heute verschiebe, dann ist das auch hier in dem Kalender wieder entsprechend berücksichtigt. Und du kannst auch hier auf Im Kalender öffnen gehen, jetzt ganz neu, um den Notion Calendar zu öffnen und dort deine Aufgaben dann zusammen mit deinen Terminen zu sehen. Dazu habe ich schon ein ausführliches Video gemacht und das werde ich dir hier oben noch verlinken. Dann, wie gesagt, funktioniert die Ansicht dieser Monat ganz ähnlich, nur dass du hier eben einen kompletten Monat angezeigt bekommst und am Ende des Monats halt ziemlich weit runterscrollen musst. Deswegen ziehe ich eigentlich diese Wocheansicht der Monatsansicht vor. Und du hast noch eine weitere Aufgabenansicht hier erledigt, haben wir uns ja schon vorhin angeschaut zum Thema Zeiterfassung. Hier gibt es aber auch noch eine Warteliste und das sind einfach alle Dinge, die gerade nicht in deiner Hand liegen, wo du auf die Handlung von einer anderen Person wartest. Also du kannst hier auch einfach dir noch neue Sachen hinzufügen. Zum Beispiel warte ich gerade auf einen Steuerbescheid und dann kannst du hier dem Ganzen auch ein Fälligkeitsdatum hinzufügen, wo ich dann zum Beispiel beim Finanzamt nachhaken muss, was denn jetzt mit meinem Steuerbescheid los ist. Also eine ganz simple Ansicht, die dir aber das Leben leichter machen kann. Genauso gibt es für deine Projekte noch verschiedene zusätzliche Ansichten, die jetzt nicht essentiell fürs tägliche Arbeiten sind aus meiner Sicht, aber die doch hilfreich sein können für Projektplanung, die weiter in die Zukunft geht. Da hast du einmal noch eine Schnellansicht für deine aktiven Projekte, die fürs Handy gedacht ist. Das ist auch einfach wieder schneller erreichbar über die Sidebar, wenn du am Handy unterwegs bist. Das ist genau identisch mit dieser Ansicht, die du auch hier unten unter aktiv findest. Und dann hast du einmal ein Projektboard, wo du deine Projekte in der Kanban-Ansicht planen kannst. Also die eignet sich wiederum mehr für Desktop als für Handy, weil sie sehr breit ist. Und hier kannst du auch alles mit Drag & Drop anfassen und verschieben, so wie du das schon vom Kalender kennst. Und siehst hier auf der Seite auch noch weitere Projekte, wenn du mit der Shift-Taste hier rüber scrollst, dann siehst du jetzt hier auch deine Vielleicht-Projekte und abgeschlossene und abgebrochene Projekte und kannst hier rauf gehen und siehst dann die entsprechenden Projekte, die hier drin liegen. Die sind nur aus Platzgründen hier ausgeblendet. Ähnlich funktioniert auch die Projektzeitleiste. Das ist ein Gantt-Chart, wenn du so willst, über deine aktiven und zukünftigen Projekte. Und hier kannst du jetzt einmal zum Beispiel den Status von deinen Projekten anpassen und hier ein bisschen weiter vorausplanen, als das in den anderen Ansichten möglich ist, was das Zeitliche angeht. Ich habe jetzt hier zum Beispiel ein aktives Projekt, das noch keinen Zeitraum hat und das könnte ich jetzt hier mit einem Klick in diese Zeitleiste entsprechend hinzufügen. Also wenn ich hier einmal klicke, dann siehst du, hat es jetzt hier automatisch diesen Zeitraum übernommen und ich kann das jetzt hier entsprechend mitschieben auch anpassen, so wie ich das möchte und kann das natürlich für diese Projekte hier unten auch machen. Ich kann hier übrigens auch die Ansicht wechseln, also den Zeitraum, den ich hier sehe. Ich habe das jetzt ziemlich weit rausgesucht sozusagen, aber könnte das auch über einen Monat anzeigen lassen, dann ist die Ansicht hier entsprechend länger. Und auch hier kann ich wieder mit Shift gedrückt auf meiner Tastatur und scrollen auf meiner Maustaste entsprechend durch die Zeiträume scrollen und kann auch hier Dinge, wenn mir das zu groß ist, die Tabelle komplett ausblenden, so dass ich nur die Zeitleiste sehe und sie dann hier mit Klick auf diese Pfeile wieder einblenden. Und dann haben wir noch eine letzte Projektansicht und das ist das Projektarchiv. Das findest du hier unten und hier sind einfach alle Projekte drin, die den Status abgeschlossen oder abgebrochen haben und du kannst hier nochmal nachschauen. Das Ganze ist nach dem Zeitraum sortiert und du kannst einfach nachschauen und Dinge nachlesen, die du früher in deinen Projekten gemacht hast. Dann hast du in meiner Vorlage, dem Aufgabenplaner, auch noch die Möglichkeit, dir wiederkehrende Projekte so anzulegen, dass es sehr, sehr zeitsparend ist, wenn du das Ganze dann wieder anwendest. Dafür musst du hier einmal runterscrollen bis zu den Projekten und dann hier in die Vorlagen schauen. Da habe ich dir nämlich schon eine Vorlage für ein wiederkehrendes Projekt reingelegt, aber bevor du die nutzen kannst, musst du sie noch einmal duplizieren. Vielleicht zum Verständnis, was ist für mich ein wiederkehrendes Projekt? Das ist ein Projekt, an dem du immer wieder arbeitest, also was immer wieder wiederkehrt, wie zum Beispiel ein Produkt, Launch, und an dem immer wieder ähnliche oder dieselben Aufgaben hängen. Und da gibt es in Notion eine wunderbare Möglichkeit, wie du diese Aufgaben mit einem Klick in das Projekt holen kannst und nicht ständig wieder neu anlegen musst. Und das machst du, indem du jetzt diese Vorlage hier einmal duplizierst. Also es ist ganz wichtig, dass du nicht hier drin arbeitest, sondern dass du dir das einmal hier duplizierst mit einem Klick auf diese drei Punkte und dann duplizieren. Und dass du dem Ganzen dann schon einen aussagekräftigen Namen gibst, wie zum Beispiel jetzt Produkt, Launch in unserem Beispiel. Und dass du dann hier runterscrollst. Was hier steht, ist jetzt erstmal egal, aber was wir hier anpassen wollen, ist dieser Button. So heißt die Funktion in Notion beziehungsweise Schaltfläche auf Deutsch, heißt sie auch. Und hier, wenn du jetzt hier reingehst, siehst du, dass dieser Button mehrere verschiedene Schritte ausführt. Und in diesem Fall sind die Schritte, dass man verschiedene Seiten in die Aufgabendatenbank hinzufügt. Das heißt, einfach Aufgaben in die Aufgabendatenbank hinzufügt. Und hier habe ich dir jetzt schon Vorlagen für diese Aufgaben gestaltet. Und die musst du jetzt einfach nur noch deinen Bedürfnissen anpassen. Das heißt, du kannst jetzt hier bei Projektaufgabe 1 den ersten Namen deiner ersten Aufgabe reinschreiben. Also zum Beispiel für einen Produkt, Launch, dann wäre eine erste Aufgabe, bei der du eine Marktrecherche zum Beispiel machst. Also das kannst du hier in diesem Feld anpassen. Hier kannst du noch weitere Eigenschaften bearbeiten. Das muss aber auf jeden Fall so bleiben. Und das sollte auch so bleiben, diese zwei Einstellungen. Und das kannst du dann beliebig oft wiederholen. Du kannst nämlich hier diese Schritte auch einfach per Klick auf diese drei Punkte und unten tuplizieren, dann entsprechend kopieren. und kannst dir hier, ich glaube, bis zu 100 Aufgaben pro Button anlegen. Und wenn du dazu mehr Infos willst zu diesen Buttons, auch dazu habe ich schon mal ein Video gedreht und das werde ich dir oben in der Infobox verlinken. Wenn du dann fertig bist, deine Aufgaben anzupassen, dann klickst du hier einmal raus auf Fertig. Und dann hat es hier die Änderungen übernommen. In dem Fall haben wir jetzt nichts geändert, aber das ist egal. Ich kann dir trotzdem mal zeigen, wie das Ganze dann angewandt wird. Dann gehst du hier einmal raus und legst ein neues Projekt an. Könntest du auch hier oben übrigens über diesen Button machen, das ist egal. Und dann hast du jetzt hier eine neue Vorlage erstellt mit deinem wiederkehrenden Projekt. Das ist in dem Fall unser Produkt Launch. Und dann kannst du hier diese Vorlage reinladen und einmal hier draufklicken auf Projektaufgaben hinzufügen. Und dann siehst du, dass es dir jetzt automatisch schon diese Aufgaben hier reingeladen hat. Du kannst dir das Ganze hier auch als Tabelle anschauen. Das ist egal. Das kannst du lustig hin und her bewegen, wie du das möchtest. Und wenn du jetzt hier eine Aufgabe öffnest, siehst du auch, dass sie mit diesem spezifischen Projekt verknüpft ist. Also wenn ich jetzt hier in dem Projekt nochmal den Namen ändere, dann siehst du auch, dass das Ganze hier, wenn ich das jetzt mal zum Beispiel 1 nenne, dann siehst du hier, dass das mit diesem spezifischen Launch verbunden ist. Und das kannst du dann beliebig oft für dich wiederholen, diesen Vorgang. Wenn du es noch nicht gemacht hast, dann schau dir auf jeden Fall nochmal mein erstes Video zum Aufgabenplaner an. Oder schau dir mein nächstes Video an, wie du es jetzt schon schaffst, deine Termine in Notion direkt zu haben. Also nicht nur im Notion Calendar, sondern direkt in deinen Notion Datenbanken. Und jetzt bedanke ich mich wie immer, dass du bis zum Schluss mit dabei warst und wünsche dir einen wunderbaren Tag.